So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Wie versprochen, FIFA 08. Wie versprochen, FIFA 08. Wie versprochen, das Spiel geht direkt los oder was? Na gut, dann ist Folge 0 eben ohne Spiel. Speichern tue ich trotzdem nochmal kurz. Und die Spieleinstellung muss ich noch irgendwie einstellen. Ich weiß auch nicht genau, wo ich das mache. Mein FIFA 08. Einstellung. Sieht gut aus. Sechs Minuten. Machen wir erstmal Halbruf. Hier wollen wir nicht so. Der Rest sieht erstmal gut aus. Außer Kommentator, den schmeißen wir raus. Okay, dann... Ja, würde ich sagen, das war Folge 0. Die ersten Einstellungen. Und das nächste Mal geht's richtig los. Und auf Empton. Gegen die Trenmere Rovers, wenn ich das richtig gesehen habe. In der dritten englischen Liga. Bis dann.